Hallo, ich bin Friedrich, 28 Jahre alt, Geschäftsführer von PwC Bayreuth und 2014 nach Bayreuth gekommen. Bayreuth hat mir die Möglichkeit gegeben, hier mein Studium zu beginnen, gleichzeitig bei den Bayreuth Tigers Eishockey zu spielen und somit beides miteinander zu verbinden. Bayreuth ist eine Stadt mit einer großen Sportbegeisterung und mit vielen Gärten und Parks, wo man selber Sport ausüben kann, in einer tollen Innenstadt und deshalb einfach sehr lebenswürdig. Zum einen habe ich das große Glück, dass mein Beruf auch mein Hobby ist, weil ich dort einfach Sport sehen kann und zum anderen bietet die Stadt Bayreuth einfach viel Raum, um in der Stadt zu verweilen, sich mit Freunden zu treffen, gut zu essen und eine schöne Zeit zu haben. Bayreuth ist eine tolle Stadt, um hier zu leben und zu arbeiten, weil es natürlich unglaublich attraktiv für Familien ist und weil es unglaublich viele, ich sag mal, Hidden Champions gibt, die weltweit agieren, aber trotzdem hier in Bayreuth zuhause sind. An sich ist ganz Bayreuth eigentlich mein Lieblingsort, wenn ich mich jetzt unbedingt im Scheidungszoll ist es natürlich ein ausverkauftes Spiel vom BWC Bayreuth in der Oberfrankenhalde. Ich glaube, dass es unheimlich wichtig für eine Stadt ist, dass man Aushängeschilder und Leuchttürme hat, mit denen man sich identifizieren kann, wie es zum Beispiel auch der BWC Bayreuth ist, aber wie es auch andere Sportarten oder auch eben in der Kultur sein kann. In und um Bayreuth einfach noch viel zu entdecken und beruflich und privat einfach genug Gründe, um hier zu bleiben. Und um, Bayreuth einfach noch einen Schuss zu erinnern will, wo es wirklich groß Foote steht, in auch der BWC Bayreuth einfach mit einer Strecke, die sich in der K venken auf den BwC Bayreuth und an den BwC Bayreuth in der BwC Bayreuth in der BwC Bayreuth. Und da gibt es auch viele Abonnungen, die sich in der BwC Bayreuth,